Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute habe ich mal wieder eine spannende, unterbewertete Aktie für euch dabei, ja, die eben aktuell von der Bewertung her sehr, sehr attraktiv ist, für die Zukunft auch weiter Wachstumsaussichten bringt und wir schauen uns auch gleich zusammen an, um welchen Titel es geht, gehen da wirklich auf die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten ein, schauen uns aber auch das Unternehmen selber an, um so ein bisschen wirklich zu schauen, was macht das Unternehmen, wo kann die Reise hingehen, gehen auf den Kurs zusammen ein und schauen uns das Ganze mal ein bisschen wirklich in einer etwas größeren Analyse wie sonst an. Ja, und wenn euch mein Video, mein Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, drückt noch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein ins Video und schauen uns jetzt an, um welchen Titel es geht und zwar geht es um United Internet. United Internet ist hier ein deutsches Kommunikationsdienstunternehmen, so im Sektor der integrierten Telekommunikationsdienste. Sie haben ca. 10.962 Mitarbeiter und haben einen Börsenwert von ca. 3,77 Milliarden Euro. Den Kurs schauen wir uns gleich zusammen an. Wir haben hier eine Dividendenrendite umgerechnet von ca. 2,3%, also schon sehr, sehr solide für ein kleineres deutsches Unternehmen. Wir haben hier auch gewisse Sparplanfähigkeiten bei United Internet, bei den gängigsten Banken, das heißt, man kann das Ganze auch mit einem Sparplan bedienen. Das mal so vorab als Info und jetzt schauen wir uns mal an, was macht denn United Internet, wer sind sie eigentlich? Ja, und zu den Geschäftsfeldern von United gehören Internet Access und Cloud Services und im Bereich Internet Access bietet United Internet verschiedene Breitbanddienstlösungen sowie Mobilfunkdienste an. Und diese Dienste richten sich eben sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden und sollen eine zuverlässige Internetverbindung gewährleisten. Das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was präsent ist. Und des Weiteren ist das Unternehmen im Sektor des Cloud-Service aktiv, wo es Hosting- und Cloud-basierte Dienste für Kunden unterschiedlicher Größe anbietet. Die Dienstleistungen umfassen zum Beispiel Web-Hosting, Cloud-Speicher und auch andere IT-Infrastruktur-Dienste. Und die United Internet zielt darauf ab, Unternehmen und Privatpersonen Lösungen zur Verfügung zu stellen, die es eben ihnen ermöglichen, ihre Online-Präsenz und auch Geschäftsprozesse weiter zu optimieren. Das Unternehmen betreibt auch Marken, die sich auf E-Mail-Dienste und Domain-Registrierungen spezialisieren, also auch noch ein weiterer Kernbereich. Hierunter fallen sowohl kostenlose Dienste als auch Angebote für professionelle Nutzer, also kostenpflichtige Dienste sozusagen. Durch das breite Spektrum eben an Dienstleistungen strebt United Internet danach, als wichtiger Anbieter im Bereich Internet-Dienstleistung zu agieren. Und zu Beginn dieses Jahres beschäftigte man eben diese knapp 10.962 Mitarbeiter und ist da auch gut am Wachsen. Und genau, bei den langfristigen Investments sollte man natürlich ausschließlich auf Unternehmen mit steigenden Gewinnen setzen, beziehungsweise wo zumindest die Aussichten positiv sind. Natürlich haben wir alle nicht die Glaskugel, aber wo die grundsätzlichen Aussichten positiv aussehen, denn dann wird man von nachhaltig steigenden Kursen profitieren und dann eben auch so der doppelte Effekt, wie ich es auch immer gern sage, von den Dividenden. Natürlich haben wir hier auch eine Dividendenaktie mit 2,3%. Und da ist jetzt die Frage, ist das aber hier der Fall? Wir haben die Gewinnstabilität maximal erreichbar 1,0, bei United Internet 0,88, also spricht schon für eine sehr gute Stabilität insgesamt des Unternehmens und ein Gewinnwachstum auf 10 Jahre im Durchschnitt von 3,21%. Das ist ein eher etwas langsames Gewinnwachstum. Also die Gewinnstabilität ist eben eine sehr zuverlässige Gewinnentwicklung und die Berechnung der Gewinnstabilität für United Internet basiert auf dem bereinigten Gewinn sozusagen. Dieser bildet den tatsächlichen Geschäftsverlauf besser ab als der bilanzierte Gewinn. Das muss man ganz klar sagen, weil er um außergewöhnliche Geschäftsvorfälle wie Rückstellungen für Strafzahlungen oder außergewöhnliche Abschreibungen bereits bereinigt ist. Und die Stabilität des bilanzierten Gewinns von United liegt bei 0,64. Das ist quasi nochmal ein anderer Wert zu den 0,88. Genau, dann haben wir eben noch das Thema Gewinnwachstum, weil bei höherem Wachstum kann man auch mit höheren Gewinnchancen oder Gewinnkursen rechnen. Auf 10-Jahres-Sicht liegen wir hier eben bei 3,21%, was eher einem langsamen Wachstum entspricht. Wir haben Wachstum, aber langsam. Und für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten Analysten den Zuwachs des Gewinns um ca. 11,6%. Zusammenfassend kann man sagen, dass die zuverlässige Gewinnentwicklung sowie auch das langsame Gewinnwachstum für ein Investment bei dem langfristig mit einer positiven Rendite auf jeden Fall zu rechnen ist. Das ist mal so die Kernaussage. Wie hoch waren jetzt so die Kursgewinne, um das sich mal anzuschauen? Je nach Haltedauer auf die letzten 20 Jahre gesehen haben wir einen Kursplus von 381%. Man sieht also hier wirklich wieder das Thema Halten, Halten, Halten kann man sagen. Also es hat natürlich jeder seine eigene Philosophie vom Investieren, aber man sieht einfach, dass natürlich über die Jahre die Beständigkeit zurückfindet. Auf die letzten 5 Jahre haben wir Minus von 35%, auf 10 Jahre Minus 33%. Das heißt, auf lange Sicht gut, auf die letzten paar Jahre sind wir hier eher negativ gelaufen und man muss so ein bisschen wieder aus der Zone ausbrechen. Schauen wir uns gleich im Chart zusammen an. Und genau, das heißt, man muss hier einfach schauen, ist es für einen interessant. Thema ist beim Dividendenertrag auch die Gewinnstabilität, die Dividendenrendite. Das Dividendenwachstum ist hier auch sehr, sehr wichtig und so der insgesamte Score. Ja, und bei langer Haltedauer kann sich Lohn auf eine hohe Anfangsdividende zu verzichten und stattdessen auf Aktien mit dynamischem Dividendenwachstum zu setzen, also mit Dividendensteigerungen. Die persönliche Dividendenrendite bezogen auf den Kaufkurs erhöht sich so von Jahr zu Jahr und bei der Dividendenwachstumsstrategie ist das Dividendenwachstum wichtiger als die Höhe. Und mit einem Score von 7 scheint die United-Internet-Aktie relativ gut dafür bewertet zu sein, hier im Thema Wachstum eingepreist zu sein. Wir schauen uns nachher auch gleich das Dividendenwachstum an, springen aber jetzt eben auf den Kurs zusammen ein. Und da springen wir jetzt mal direkt rüber. Ich habe euch mal den Dreijahres-Chart mitgebracht. Wir kommen vor drei Jahren von 37,20 Euro her, sind jetzt wieder hier auf jeden Fall in einer Aufwärtsbewegung. Wir sehen es seit dem Kurs von 12,55 Euro, konnte sich der Kurs wieder deutlich erholen. Stehen jetzt bei 21,48 Euro, haben eben knapp über 2% Dividendenrendite, wie schon gesagt. Stehen jetzt hier aber unter der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich, aber weiterhin noch über der langen Frist-Trendlinie der 200-Tage-Linie. Da stehen wir drüber. Momentan eher so eine kleine Seitwärtsphase. Man muss schauen, dass man hier mit Schwung wieder rauskommt. Und genau, wir haben ja gehört, was United Internet anbietet. Sie sind ja auf jeden Fall eine der Anbieter, die über die letzten Jahre oder Jahrzehnte präsent sind bei uns in Deutschland. Und somit sollten Sie hier vielleicht wieder weitere Marktanteile gewinnen können beziehungsweise das Ganze auch weiter ausbauen. Auf jeden Fall aktuell sehr, sehr fair bewertet. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und wir haben es ja gerade auch in den wichtigsten Bewertungskennziffern gesehen. Das heißt, da kann man insgesamt von einer unterbewerteten Aktie nach diesen Kennzahlen sprechen. Und wenn wir uns jetzt mal den Dividendencheck anschauen, dann schaut er auch sehr gut aus. Wir haben 11 von 15 Dividendencheckspunkten im Durchschnitt auf die letzten drei Jahre 2,34%. Wir haben eine Dividendenkontinuität von über fünf Jahren und eine Stetigkeit der letzten zehn Jahre von 100%. Also auch einen sehr zuverlässigen Dividendenzahler. Und ein Dividendenwachstum auf die letzten fünf Jahre, was schon sehr stark ist, von über 58%. Und das bringt uns insgesamt zu den 11 von 15 Dividendencheckspunkten. Ihr könnt mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr United Internet in eurem Depot habt. So als kleiner Nebenwert, was ihr persönlich denkt. Und wenn euch mein Video und mein Kanal gefallen hat, dann lasst auch natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Drückt noch die Glocke, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gemeinsam beim nächsten Video. Ciao!